Heute ist Tag der Entscheidung an den Börsen, was das genau für heute bedeutet, das besprechen wir gleich und damit herzlich willkommen zu meiner Daily DAX Morgen Analyse, wo ich den DAX für euch einmal schadtechnisch analysiere, Szenarien für heute aufstelle und auch ganz konkret beschreibe, wie ich heute den DAX traden werde. Wie immer, bevor ich mit der Analyse starte, ganz kurz der Hinweis zu meinem YouTube Kanal, dort bin ich in der Regel bis zu dreimal die Woche live und trade den DAX und den Dow Jones in meinen systematischen Handelsstrategien. Momentan aus Zeitgründen leider etwas reduzierter, aber ab Juli sollte alles wieder seinen gewohnten Gang gehen. Bis dahin der Hinweis, am Freitag geht es weiter mit Live Trading und falls du einen Einblick zu meiner systematischen Swing Trading Strategie für den DAX und den Dow Jones erhalten möchtest, dazu habe ich ein Video hier auf diesem Kanal veröffentlicht, wo ich die drei Kernpunkte meiner Strategie erläutert habe, also da sehr gerne reinschauen und ansonsten sowieso diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um keinen neuen Livestream und auch kein neues Video mehr zu verpassen. Damit starten wir mit der Analyse und ich beginne mit dem Wirtschaftskalender und da ist hier an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass wir heute den Fed-Zinsentscheid haben, ein News-Event, auf den die Märkte warten und zusätzlich bekommen wir ab 14.30 Uhr noch die Verbraucherpreise aus den USA, aber der Tag startet heute um 8 Uhr mit den Verbraucherpreisen aus Deutschland. Und hier wird die Entwicklung besonders spannend, denn die Verbraucherpreise sind eine wichtige Kenngröße für die Zentralbanken, anhand derer sie unter anderem ihre Geldpolitik ausrichten und heute wird neben dem Zinsentscheid, der eigentlich keine Veränderungen erwarten lässt, wichtig, was in der Pressekonferenz ab 20.30 Uhr rauskommt. Und je nachdem wie die perspektivischen Aussichten sind, kann das ziemlich starke Bewegungen auslösen. Zusätzlich haben wir den großen Verfall nächste Woche, was dann auch nochmal ordentlich Handlungsbedarf bedeuten könnte, je nachdem wie die perspektivische Entwicklung ist. Also der heutige Handelstag durchaus spannend, beziehungsweise bis zum Fed-Zinsentscheid eigentlich gar nicht so spannend, bis auf die Verbraucherpreise, die noch für etwas Bewegung sorgen könnten. Aber nach dem Zinsentscheid beziehungsweise der Pressekonferenz könnten wir da etwas mehr Bewegung sehen und dann besonders interessant für die weitere Handelswoche, vor allem dann auch, wo die Woche der letzten Endes schließt. Und dann geht es auch direkt weiter auf den Chart und der DAX konnte gestern ein neues Tief markieren und hat die Zone um 18.550 Punkte kurzzeitig unterschreiten können, allerdings hier bisher noch keinen Handel etablieren können. Es ging direkt durch Richtung 18.300, beziehungsweise dann entsprechend auch noch ein Stück tiefer und hier haben wir jetzt auf neuem Tief erst einmal eine neue Stabilisierung bekommen und aktuell notiert der DAX wieder knapp oberhalb der Marke von 18.400 Punkte, also wieder innerhalb der Range, die sich die letzten Tage und Wochen ausgebildet hat. Und strukturell sind wir natürlich noch in einer Korrektur. Bisher hat die Trenddynamik noch nicht auf Short gewechselt und somit müssen wir immer wieder damit rechnen, dass wir zwischenzeitlich deutlichere Erholung sehen. Das Longsignal, was der DAX gestern Morgen noch hingestellt hatte, konnte entsprechend nicht verarbeitet werden. Er hat auch nicht ganz die Widerstandszone erreicht, aber er hat zumindest versucht entsprechend abzuarbeiten. Aber mit Kassahandelsstart ging es dann direkt abwärts und unterhalb der 18.500 war dann relativ der Weg frei. Erst einmal bis zur Opening Range vom Vortag und als der DAX dann in die Opening Range vom Vortag eingetaucht ist, war der Weg dann frei Richtung 18.400. Hier hat der DAX nicht groß Halt gemacht, denn er marschierte direkt durch bis zur Unterstützungszone. Hier gab es dann eine kleine Reaktion und dann im weiteren Handelsverlauf und vor allem über den US-Handel ging es dann nochmal ein Stück tiefer und im Anschluss setzte dann eine Erholung ein, die den DAX jetzt aktuell über die 18.400 zurückbringt. Im weiteren Verlauf wird es dann entsprechend entscheidend, wo der DAX dann nachher handelt bzw. wie er dann weiter handelt. Unterhalb der 18.400, grundsätzlich short Richtung 18.300, handelt der DAX oberhalb der 18.400, besteht weiteres Erholungspotenzial bis zu 18.500 und hier gilt es dann entsprechend wieder genauer hinzuschauen, ob er dann spätestens dort erneut ein tieferes Tageshoch hinstellt oder ob es dann schafft, das Reversal hinzulegen. Wie gesagt, mit den News heute Nachmittag, beginnend ab 14.30 Uhr dürfte sich da auch eine Richtung entscheiden, die den DAX durchaus nochmal deutlich tiefer bringen kann. Wir haben ja als großes Ziel auf der Unterseite erst einmal noch die Marke von 18.000 Punkte und dadurch, dass die Unterstützungszone jetzt hier erst einmal schon mal deutlicher tangiert wurde, haben wir damit auch größeres Abwärtspotenzial. Von daher für heute auch das favorisierte Szenario auf der Short-Seite. Ich habe jetzt hier mal das Konto des diskretionären Handels aufgemacht, weil im systematischen Handelskonto ist gestern nichts passiert, habe ich auch gesagt. Mit den offenen Long-Positionen gab es dann für mich keinen Handlungsbedarf, aber im diskretionären Handel sind die Long-Positionen, die zuvor aktiv waren, noch vor Kassehandelsstart rausgenommen worden. Somit konnte ich dann einen neuen Long-Aufbau starten und ab der 18.500 habe ich dann die erste Long-Position reingenommen. Ich werde auch heute weiter Long aufbauen, sowohl im systematischen als auch im diskretionären Handel und zwar passiert dies im Bereich der 18.300, wo ich dann meine Buy-Limit-Order platzieren werde und heute wird dann auch wieder ein Short aktiv. Das bedeutet, je nachdem wo der DAX nachher handelt, werde ich eine neue Short-Position reinnehmen. Notiert der DAX oberhalb der 18.400, werde ich die Short-Position im Market klicken, sowohl diskretionär als auch im systematischen Handel bzw. verschiebt sich das dann immer so ein bisschen, weil ich natürlich nicht exakt in beiden Konten gleich handeln kann. Von daher, im systematischen Handel werde ich wahrscheinlich irgendwo knapp oberhalb des aktuellen Kurses eine Sell-Limit-Order platzieren, sodass ich dann im systematischen Handel, also das was ich hauptsächlich mache, dann den Trade dann entsprechend auch klicken kann mit Markteröffnung. Und somit habe ich die Chance dann von beiden Richtungen zu partizipieren. Also erst einmal sollte der DAX dann nochmal erneut Richtung Vortagestief gehen, habe ich so die Chance auf der Short-Seite Profit zu machen und sollte sich der DAX dann erneut am Vortagestief abstoßen, dann habe ich auch die Chance auf der Long-Seite entsprechendes Management anzuführen. Das werde ich dann aber in den nächsten DAX-Morgen-Analysen besprechen. Da erhaltet ihr ja immer das Update, wie die aktuelle Lage in meinem Trading, meiner Swing-Trading-Strategien aussieht. Das dann erst einmal hier zur schadtechnischen Einordnung. Also der DAX hat auf Short gewechselt mit dem deutlichen negativen Handelstag. Wichtig ist jetzt, dass die Stabilisierungsphase jetzt nicht in der Form verarbeitet wird, dass wir hier ein Reversal bekommen. Sollte es den DAX relativ zügig nach oben ziehen und vor allem auch ab Kassastart nach oben ziehen, dann haben wir tatsächlich das Potenzial, die 18.500 Richtung Vortageshoch dann auch rauszunehmen. Oberhalb vom Vortageshoch hätten wir dann auch schon wieder den Strukturbruch drin. Wichtig für die Short-Seite ist jetzt im Prinzip, dass er den Kopf jetzt nicht weiter hoch bekommt und am besten direkt mit Handelstart oder noch viel, viel besser noch vor Handelstart bereits abwärts tendiert, um dies dann mit Handelstart weiter fortzusetzen. Das wäre dann die ideale Short-Seite und wie immer gilt von Marken bis hin zu Marken. Ab der 18.300 wäre ich dann erst einmal wieder vorsichtig mit neuen Short-Positionen. Und erst unterhalb vom Vortagestief wird es dann wieder interessanter, Richtung der Marke von 18.000 Punkte. Schauen wir dann auf den Tagesschart und hier haben wir noch das Bild, dass jetzt die Zone um das 38.200 FIBO nicht per Tagesschlusskurs unterschritten werden konnte. Somit sind wir noch in der Range, auch wenn es hier einen kurzen Ausrutscher gab. Das bedeutet, wir haben noch keinen Handel unterhalb dieser Zone etabliert. Allerdings konnte der DAX dann bereits die nächste Unterstützungszone entsprechend anlaufen. Und sollte dann hier diese Unterstützungszone rausgenommen werden können, dann haben wir als großes Ziel die Marke von 18.000 Punkte. Und da auch der Wochenschart sieht noch interessant aus, also auch wieder vorwochentief angelaufen bzw. kurz rausgenommen und dann wieder hoch. Somit ergibt sich hier doch ein sehr, sehr schönes Bild. Und für heute wird es dann sicherlich eine Entscheidung geben, ob es dann ausreicht, die Korrektur zu beenden. Das werden wir sehen. Oder auf der anderen Seite, was dann tendenziell auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass wir hier tatsächlich erst einmal einen Rutscher Richtung 18.000 Punkte bekommen. Und unterhalb von 18.000 Punkten hätten wir dann auch auf Wochenbasis den Strukturbruch drin. Vorausgesetzt, diese Woche endet mit einem Schlusskurs unterhalb der 18.000er Marke. Dann geht es weiter mit den US-Indizes und die sind weiterhin sehr, sehr stark. Der S&P 500 kratzt weiterhin an seinem Allzeithoch. Der Dow Jones ein bisschen schwächer unterwegs. Der konnte gestern beispielsweise auch nochmal stark auskorrigieren bzw. kam dann auch wirklich sehr, sehr scharf abhandelt. Nochmal zurück, tauchte nochmal schön in die Unterstützungszone ein. Und der Nasdaq, der stärkste im Bunde aktuell, schaffte es gestern auf ein neues Allzeithoch zu laufen. Für mich aus Investorensicht natürlich sehr, sehr gut. Da freut es mich natürlich, wenn wir hier die Rallye fortsetzen. Das war es dann auch schon mit der schadtechnischen Einordnung. Wirtschaftskalender haben wir uns betrachtet und somit bleibt mir nichts anderes, als euch einen hervorragenden Handelstag zu wünschen. Bleibt schön vorsichtig und vor allem nicht zu aggressiv engagieren vor den News. Da ist durchaus einiges an Bewegung wahrscheinlich. Ich wünsche euch wie immer alles Gute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.